Ja, liebe YouTube-Freunde, das macht da den Bauhausi heute Morgen. Ich bin da in Siegenthal bei Würrenlingen und was macht der da der Hausi? Ich habe da einen Ocasio Yamaha Motorrad gekauft und hole das hier ab bei Keller Motos Siegenthal. Ja, liebe YouTube-Freunde, das ist er, der Faser, der Yamaha Faser. Mein neues Motorrad hat. Der hat Jahrgang 07 und 40.000 km drauf. Aber sieht schön aus, gefällt mir. Wunderbar, ich freue mich auf die Motorrad Saison 2015. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.